Hallo ihr Lieben, Tag Nummer 36, da ist der Sven. Der war heute wieder fleißig und viel ist heute nicht passiert. Was ist denn mit dem Licht hier? So, jetzt. So, viel ist heute nicht passiert, außer dass sie uns immer noch ganz sehr fehlt. Wir waren gerade schön am Strand, haben den Jungs und Mädels beim Kitesurfen zugeschaut, haben da ein paar schöne Bilder vom Strand gemacht. Heute ist extrem windig, aber sehr, sehr angenehm. Also gesundes Beinpeeling am Strand. Ich wünsche euch einen wunderschönen Montag, viel Gesundheit und wir sehen uns morgen. Bis dann! Ich wünsche euch einen Riesendenkirchen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.